Cyberport präsentiert den Turmventilator Honeywell HY-F500E4. An heißen Sommertagen und bei stehender Luft kann das Arbeiten im Büro sehr unangenehm werden. Aber auch das Einschlafen zu Hause fällt dabei nicht gerade leicht. Ein Turmventilator wie der Honeywell HY-F500E4 mit rotierendem Kopf kann schnell Abhilfe schaffen. Der 81 cm hohe Honeywell Turmventilator kommt im schlanken und edlen schwarzen Design daher. Aufgrund seines Gewichts von 5 kg ist er gut transportierbar und lässt sich leicht im Raum verrücken. Dank zwei unabhängig steuerbaren Ventilatoren ist für eine flexible Ausrichtung und individuelle Kühlung gesorgt. Der Kopf des Turmventilators lässt sich um bis zu 90 Grad nach oben drehen. In Verbindung mit dem Oszillationswinkel von 80 Grad lässt sich somit eine breite Fläche abdecken. Die Ausrichtung des großen Ventilators im Turm ist nicht verstellbar. Mit insgesamt drei Geschwindigkeitsstufen ist der Honeywell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Dank des höchsten Modus, den der Hersteller Turbo Force Power nennt, erreicht sie die Luft auch noch in 12 Metern Entfernung. Somit können Sie den Ventilator in die Ecke stellen und den ganzen Raum abdecken lassen, ohne dass ein zu starker Windzug störend ist. Um genügend Power für eine ordentliche Zirkulation zu bekommen, saugt der Honeywell die Luft vorne an und wird mit 58 Watt betrieben. Je nach eingestellter Stufe erreicht er eine maximale Lautstärke von 50 Dezibel, was im Vergleich zu anderen Ventilatoren ziemlich leise ist. Kühle Temperaturen, wo Sie sie brauchen. Mit dem Honeywell HYF500E4 Turmventilator. Kühle Temperaturen, wo Sie es crochets sind, bei der Kühle這邊 für eine Dünnungs 36-90 ü Kühle Temperaturen, wo Sie es heißen,fectungen Treffernen, um nach dem Zeitpunkt, zester Watt, für eine Kühle in die Kühle in die Kühle in die Kühle im Durchson. Vielen Dank.